Das war's für heute. 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 Dieses Mal bin ich nüchtern. Dieses Mal kann ich hier eigentlich nichts verkacken. Ähm... Wie auch immer, schätz' ich. Sind wir schon drauf? Wir sind schon drauf. Drei Zwei Zwei Eins Elf Elf ist doppelt eins. Schi Ja, hallo, hier ist der Querz. Neues Video. Okay, was spielen wir jetzt? Hey... Multiplayer. Multiplayer, was war? Muss sie das Spiel finden? Ähm... Oder... Spartan Ops. Ähm... Warte, was hat... Ist hier irgendwas Neues? Halo 2 Anniversary Rumble. Das war aber immer schon so, ne? Geh runter, 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 runter. Uh... Das gibt's auch alles schon länger. Team Hardcore. Ja... Ja, da hat sich anscheinend doch gar nichts geändert. Ja... Dann wählen sie... Sollen wir Team Showdown? Oder können wir hier überhaupt mit, ähm... Split-Screenern? Uh... Ja, nehmen wir mal das hier, oder? Maximal lokale Spieler fiel. Das? No. Geste nicht erlaubt. Soviel dazu. Ganglisten. Oh man, hätte ich mich mal selber anmelden sollen. Naja... Dann machen wir Team Showdown. Er dreht eine Spielsitzung, weil siehst du das? Oh... Blöd nur, dass die Hälfte dieser Maps nie zur Auswahl steht. Ja... Das ist... Ich verstehe es bis heute nicht. Was da los ist bei denen? Hm... Uh... Wir sind... Schau, was hat sich was getan. Jetzt brauchen wir nur noch einen Spieler. Der eine legendäre Spieler. Der man hier kommt... Nr. 4 ist... Weil es hier scheint das zu funktionieren. Ja, indem man einfach... Nee, hat sogar gleiche Teams hier. Okay... Jetzt langsam mal... Was nehmen wir da? Oh, wir... Ich hätte Bock auf Zitadelle. Ja, dann... Zitadellen... Uh... Ja, wir müssen hier unser Teamwork eindeutig irgendwie anders aufbauen. Das ist das hier auch... Oh man, Halo 3... Halo 3 hat... Halo 3 funktioniert immer am schlechtesten bei mir. Hm, wir sollten schauen, dass wir nicht zu laut sind, sonst hören wir unseren Games und auf der Aufnahme. Aber schon so, dass es nicht so leise ist wie gestern, weil da habe ich nichts gehört. Und so, Nate sollte man schon hören. Ich habe gar nichts mitbekommen, gell. Boah... Ich hätte gar nichts gehört, hätte ich das gehört. Wer gibt das Sinsen? Ich weiß es nicht, hab ich schon gerade... Ich höre nichts. Mach mal lauter. Ja, sofort, ich bin hier gerade schwer beschäftigt mit... Wir müssen die Rocket holen. Oh Gott, ich bin irgendwo hingehört, ich habe keine Ahnung mehr von Zitadelle. Da unten geht was ab. Die Rocket ist nämlich schon weg. Wir schießen gegenseitig auf sich die Ball... Wir haben... Gegenseitig auf sich die Ball... Wir haben null... Wir haben gar keinen Sound. Wir haben... Unendlich ultimative, dumme Vollidioten im Team, dass es ganz aus ist. Also, dass es ja wirklich schlimm ist, dass schon... Ich brauche Sound zuerst mal. Oh Gott. Ja, ist jetzt noch leise gedreht, oder was? Oh Gott. Ja, dreh mal laut her. Wir haben gar keinen Sound. Ach so, ich weiß auch warum. Haben wir jetzt Sound? Nein. Nein. Ähm... Ich bin mehr als überwältigt von deinen Skills. Wir haben ja keinen Sound. Ach, ich glaube es könnte sein, dass es im Spiel liegt. Darf ich mal kurz raus toten? Oder... Nein. Du meinst, dass du soweit bist. Jetzt kann ich. Ah, was war das denn? Das ist manchmal so beim Spiel, ich weiß auch nicht warum. Spack da rum. Schon mehr... Bisschen mehr Sound ist kein Sound. Gott. Finde mir nicht. So, was ist deine Kennung eigentlich? Keine Ahnung. Gastkennung. Ja. Dies darf nicht helfen. Oh Gott. Oh Gott. Eine Kennung ist... 117. Ja. 117? Okay. Zumindest das schon mal. Wir haben schon wieder so... Das... Die Teams insofern... Ja, das macht schon mal echt... Keinen Spaß. Und das... Das da auch nicht weg geht da unten. So nachrichtigungen hättest du ja auch mal was schalten können. Äh. Kau wieder. Fuck. Alles gut. Ich treffe auch einen fetten Scheißdreck. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was? Was? Hinzu kommt ja, dass unsere Teammates auch noch hart unfähig sind. Glaube ich. Aber ich bin's grad auch. Also somit. Mh. Endlich mal wieder ne Bjarne. Ist die Einstellung eigentlich noch so wie gestern? Bezüglich... Ähm. Oh shit. Passt mir auf den Fuß. Ja, der Blick in Finsigkeit und so Geschichten. Wieso stirbt der denn nicht? Weiß es nicht. Ach. Jetzt würde ich mich verpissen und zwar schnell. Nein. Nein, diese Granat... Wollte ich grad von meinem eigenen Teammate oder so? Oh, da passt aber auch was mit der Verbindung nicht, weil die haben so tausendprozentig host. Alter, ja. Aber die mir auch grad... Nichts grad. Weil er trifft mich, obwohl er noch nicht ums Eck ist. Ja, und das ist... Die Verbindung ist totaler Crap. Die Spawns auch. Ungerlicherweise. Ich hole mir die Overshield. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Der ist nicht cool. Hast du sie? Nice. Von hinten. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ein Feind? Oh Gott. Das ist ein Feind? Ach. Schneller kurz. Ganz schnell. Ja. Was. Ich glaube unsere Teammates sind auch durch den AFR. Wie spawlich? Das ist doch scheiße. Oh Gott, oh Gott. Was geht hier vorlich? Lange nicht mehr so ne Scheiße hier, ehrlich. Zum Kotzen ist das hier. Wir müssen gucken, dass wir die Rocket kriegen. Boah. Entirritierend. Weil ich dauernd denke, bei mir ist eine Granate. Oder bist du bei dir? Wer? Was? Wie? Warum? Warum chillt denn einer mit einer Rocket rum? Es ist... Es stinkt mich halt vor allem. Es ist... Er hat mich einfach gestickt, weil ich ihm vorbeigelaufen bin, wenn er sich gerafft hat. Warte auf mich. Oh shit. Komm gehst du, ne? Nein, ich brauch doch jetzt mein Kabel. Scheiße, ich brauch hier. Wo bist du? Wo bist du? Da drüben. Du gestorben bist. Oh Gott, verpiss dich da. Da kommen drei Leute. Schau, dass ich zu dir komme. Der Hayabusa weiß doch nicht, wo oben und unten ist. Der ist genauso drauf wie du gestern. Ah, der ist weak. Naja, wer hat zumindest Hit gekriegt? Pass auch was du tust. Ja, keine Chance. Ich hab einen zu müssen. Ach, das ist schon zu Ende. Das ging schnell. Also, im Laufe des Spiels kam ich wieder so ein bisschen rein. Ja, bei mir auch, aber es war nicht so wie geplant. Und die Mates... Also, die Mates waren ja... Da muss ich auch schon wieder ewig kein Halo mehr gespielt gehabt. Das ist richtig Wahnsinn. Und Splitscreen ist auch so lange her. Das letzte Mal in Breach, glaube ich. Aber es hätte schlimmer sein. Es hätte tatsächlich schlimmer sein können. Wir müssen uns nur ein bisschen mehr koordinieren, glaube ich. Weil hier ist doch immer ein bisschen kalt drin. Finde ich auch. Also, dass drüben die Fenster immer noch offen sind. Hast du Lust auf Big Team Messer? Ähm... Ja... Das wird sich nicht überzeugen, dann. Soll ich einfach mal anmachen oder was? Ja, da kannst du, glaube ich, wohl hier anmachen. Nicht viel, aber... Okay. Ja... Ja... Wie du willst, wie du willst. Wie du willst. Ich bin für alles offen. Ich kann allem widerstehen, wenn er versuchen will. Oder so. So ging es doch. Was? Kennt ich nicht. Kannst du nicht? Kannst du nicht? Ja. Okay. Oder vielleicht... Ja. Wie ist es? Ja, ja... Mhm. Mhm. Ja, ja... Du hast die krankesten Weibsen, Ola, gepasst. Also... Oder... Ihr seid so fertig, das ist echt Wahnsinn, dass du... Kann man nur so fertig sein, die ganz... Was ich mich frage, ich glaube, sollten wir besser mal das Licht anmachen, dann sieht man unsere Phrase nämlich auch mal ein bisschen mehr. Geil. Geil. Richtig geil. Weil sonst, weißt du, von hinten kommt dann der Shit und dann sagt, was soll ich denn ausmachen? Da ist es. Nicht? Alles für den Hund. Äh, Halo 1. Ich will Halo 1 spielen. Okay, Halo 1. Raketenrennen. Ratenrennen. Oh ja. Ich habe ja noch nie auf Red Race gespielt und... Ach, kommt schon. Ich meine, Pit ist schon cool. Ja, es ist aber... Man kennt es halt schon. Ja, man kennt es. So mal was anderes hätte ich gerne. Vor allem Red Race, Chillen... Ja, das sind so die Maps, die in Halo 1 immer kommen. Ja, ja. Obwohl du irgendwie 3 Millionen Maps hast, es kommen immer nur 2. Vor allem sind die immer mit den Spawns, das ist so richtig schlimm. Bald ist das Spiel ein Jahr alt und es ist immer noch scheiße. Wer die Spawns hat, das war ja so gewonnen. Ja, klar, das war nicht so. Aber ich finde es sehr lustig. Bei Red Race spawnst du immer, immer beim Gegner irgendwie drin. Ist hier ein klassisches Ding, ja schon. Und ähm... Okay, okay. Nice. Das ist... Dieser blöde Gegner ruft dich auf. Wow. Einer ist bei Tower und hat... Oh, ich brauche Hilfe. Oh Gott. Ähm... Nein! Töti! Die Rocket League von AX. Ich will ne BIA. Was sollst ihr kennende BIA? Ihr müsst die BIA haben schon nie, das wollte ich nicht. Ihr kennt mich nicht! Die Hälfte ist afk, was... was soll denn das? Wie ist das spielen solche Leute? ich habe gar keine Ahnung was die machen jetzt heute sind die alle irgendwie tut die sind ja die können ja nicht alle dumm sein ich bin mir jetzt mal wieder nicht so sicher das ist nicht wirklich das geht in dem Spiel nicht mit dem Niedler in Halo 3 das geht nicht er hat mich weggeniedelt wie sonst was mit zwei Niedeln wieso sind die... warum achte es... ich versteh es nicht wieso sind Leute AFK es leuchtet mir nicht ein ich meine die müssen ja die starten dann die Suche denn der Typ wie der sich bewegt ist ja auch wie AFK die sind alle so ein bisschen brain... AFK jetzt haben wir ja wirklich den... jetzt sind alle... was? Team Blau gewinnt sind wir... es sind doch alle noch da ok schätze ich kann man neuerdings surrendern oder ich weiß es doch auch nicht was soll das denn? was ist denn los? kriegt doch mal euer Scheiß-Spiel auf die Reihe es ist unfassbar wie Scheiße das Spiel ist ach Gott verfügbar Spieleid bla 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 bla... ach versuchen wir es noch einmal alles Gute ist 3 nachdem wir jetzt erstmal voll auf die Fresse bekommen haben dann voll auf die Fresse gegeben haben für 10 Kills ungefähr. Aua. Oh Gott, oh Gott. Ist das eine Scheiße? Erklär mir das doch jetzt. Was ist denn da passiert? Was soll ich denn da erklären? Ich habe doch keine Ahnung, was passiert ist. Die sind nicht alle gleichzeitig gekündigt. Wollen wir noch mal ran.